Glaub schon. Hört sich zumindest so an. So. Oder auch nicht. Hm. Irgendwer war hier noch. Ich hab's genau gesehen. So, jetzt ist es zu Ende. Glaube ich. Ach, das ist eine Lampe. Äh, so. Ich muss hier unten noch was zum Mitnehmen. Ich glaube nicht. Oder, oder nicht. Ah, gut, dass ich nochmal geguckt hab. Ähm. Lass mal mit F. So. So, sonst noch was. Äh, kann ich hier hoch. Steuerung. So. Brauch ich den langen Umweg nicht laufen. So. Hier sonst auch nichts mehr. Okay. Hier ist noch was. All it. Okay. Ist das wer? So, odds. Ähm. Oh. Ähm. Hm. Äh, F. So. Ähm. Jo. Gut, dann mal bitte hier. Ach, immer noch nicht auf dem Dach. Jo. Jo. Äh. Ich schätze mal hier, ne. Gut. Klassiker. Ähm. So. Oh. Junge. Junge. Ähm. Kommt davon. Weißt du? Äh. Da wollte ich hin. Äh. Da wollte ich hin. So. Okay. Äh. Verdammt. Ausgerechnet jetzt. Hä? Wo will er denn hin? Also, ich weiß nicht, was mit ihm war, aber irgendwie war ihm, glaube ich, gerade nicht so. So. Dann gehen wir mal weiter. Wir gehen weiter. So. Jetzt aber aufs Dach hier. Komm. Langsam. Ähm. Oh Gott. Das ist schön verwinkelt hier. Das hasse ich immer ganz besonders. High voltage. Voltage. Oh, hier ist das Dach. Hey, endlich. Schlaue Idee. So. Soll ich mal, oder? Komm. Hier. Ich gehe einfach. Ähm. Hier. Und jetzt? Ach da. Steuerung. Hallo? Steuerung. Falsch an. Ja. So. Dizzy dich. Jo, ich auch. I auch. So. Und los geht's. Mhm. Was ist denn hier? Kann ich mal? Hallo? Ich will hier weg. Mann. Wie kann ich denn hier? Gut. Warum fängt sie nicht an? So, da war ja erst mal nicht schlecht. So. Du. Ähm. Ah, okay. Ich hab nichts gedrückt. Das will ich nochmal betonen. Ich mach mal ganz kurz hier. Ich mach mal auch wieder ein bisschen mit. Äh. Was ist denn da? Ach so, das ist die Drohne, glaub ich, ne? Ähm. Verdammt. Hä, was wird das denn? Junge. Ich fühl mich grad irgendwie überflüssig. Ja, komm. Ich fahr auch mal was. Na, endlich. So. Ah. Ähm. Da komm ich grad schlecht hin. So. Ah. Ähm. Hm. Ah. Ach. Bitte nicht. Oh, Junge. Oh, je, 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 je. Ah. Geh doch. So. Ähm. Ha, 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 ha. War nicht so weit eigentlich. Ich. Schneller, schneller. So. Ernsthaft. Da ist nicht gut. Oh, fuck. Äh. Ah. Drehen, 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 drehen. Achso. Ich wollte grad sagen. Okay. Ja. Das hab ich ja früh gemerkt. Oh, Jot. Oh, Jot. Da ist nicht gut. Quatsch. Na, komm. So. Hab ich mal. So. Ganz kurz hier. Oh, ganz schnell hinter. So. Ähm. Na, komm. So. Ist hier noch wer? Ich seh keinen. Ich seh keinen. Da hinten anscheinend. Kann ich ja mal ganz kurz hier. Ach, Quatsch mit Steuerung, ich Idiot. Da oben ist auch noch was. Warte. So. Ich müsste mal ganz kurz hier zur Sicherheit. So. So. Na, ja, ich weiß. Muss ich nehmen. Ach hier. Da war ich ja gar nicht so weit von weg. Ist hier noch irgendwas zum Holen? Ne. Dann. Ähm. Hä? Versteh ich nicht. Ach so. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Obwohl hier noch irgendwo mal zum Holen ist. Scheint. 100% ich da oben. Warte. Kann ich hier. Hallo. Ach. Weißt du, jetzt laufe ich einen Umweg, um was nachzugucken, um was zu sehen, was letztendlich mit Sicherheit eh nicht da ist. Warte. 100% ich ist das da nicht. Obwohl. Ach. Ich weiß nicht. Kann ich hier rein zufällig? Ne. Da möchte ich gerne hoch. Geht das? Oh. Ach man, jetzt geht er ganz runter, weißt du. Ich will da hoch. Will er nicht. Arschloch. Gut. Ciao. Höh. So. Äh. Äh. Ist das schon noch irgendwo was? Ach, dahinter. Weißt du, manche Leute, die sehen nichts. So wie ich. So. Ähm. Kann ich hier hoch? Jawohl. Nicht ja. Gehen Sie und kümmern Sie sich darum. Ich hole Eleanor. Ach komm, dann gehe ich mal rein. Das sah gerade interessant aus. So. Ganz kurz hier. Äh. Hallo. Ah. Alter, da war viel drin. So. Ähm. Aufzug. Hundertprozentig ist hier, wer drin. Doch nicht. So. Kann ich hier zufällig irgendwie? Ne. Okay. So. Ups, sind gerade alle auf einmal Haufen. Warte. Warte. Ach. Hase gut. Besser. Verdammt. Ähm. Junge, kommst du denn her? Fuck. Ja, jetzt mach doch mal Dampf hier, älter. Was ist denn falsch mit dir? Meine Güte. Ah. Ah. Junge, wie unnötig. Hallo. Ich auch. Ich auch. Ähm. Ach, da hinten. Der war gut. Der nicht. So. Hier ist doch noch wer. Oder nicht. Na anscheinend nicht. Weißer, hat er neben den Steuerung. Warte, ist mir zu doof jetzt. Warte. Hallo. Springt. Okay. Äh. Oh. Kann ich denn? Ah. Ne. Was ist denn hier? Äh. Ich bin so doof, ey. Ja, das war sowas, so unnötig, was ich gerade gemacht habe. Warte. Gibt's so Sachen, die sind so einfach, warte mal. Nein. Ach doch. Doch. So, dann haben wir das Ding ja sauber abgeschlossen. Ach, Stufenaufstieg. Da ist es schön. Okay, sehr schön. Wie komme ich hier wieder raus? Würde ich gerne mal wissen. Ah, hier vorne. Gut. Okay, Tür öffnen. Ja, gut. Relativ lang die Mission, wenn ich ehrlich bin. So. Oh. Ähm. Vielleicht sollte ich mal nach hier Ach quatsch Ja ich weiß wie das geht Mensch brauchst du mir nicht sagen So Warum sollte ich Erklär es mir Ich will es nur verstehen So Ich will es nur verstehen Kollege Ich will es doch nur verstehen So Das war ja sehr schön Das war sehr schön So Äh Was ist denn hier Was Kann ich hier rein Och schade So Und schön Auf irgendeiner Party Jemand hat solche Teile Äh Erstmal wenn einer drin ist Und abgeschlossen hat Das Ding erstmal so auf die Tür werfen Dann hast du Spaß Man fühlt sich sicherer mit ihnen Da ist es schön So Ähm Hier Kann ich komischerweise wieder nicht sprinten Naja egal Okay Kann ich hier hoch Soll ich glaube ich sogar Steuerung Stimmt Morgen Gymnastik So Ähm Hier Geradeaus Aha 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 Was Ist mit ihm Gleich Es ist schlimmer denn je Odessa Wir kommen gerade so über die Runden Und was soll ich dagegen tun Hilf uns Ich helf euch doch Ich helf euch doch Nur nicht so wie du es gern hättest Wir brauchen dich da draußen Dein Bein ist kein Hindernis Darum geht es nicht Das ist mir schon klar Aber wenn wir scheitern Okay Okay Ein paar Leute können wir bestimmt entbeeren Ich warte draußen Sie sagt sie hätten geholfen Das vergesse ich ihnen nicht GPS You Ah Gott So Okay Ähm Achso 5000 Sachen hier So Ey jetzt können wir endlich mal selber was machen Oder auch nicht Wir sind ja hier ne Wir müssen jetzt nach hier oder was Tizen des Ancients finden Okay So Alter ist das schnell Okay Da machen wir uns mal auf den Weg Ist schon Feierabend Ist schon Feierabend Hallo Ist auch endlich mal richtiger Tag hier Schickes Wetter Das ist richtig schön Und er hat erstmal dicke Klamotten an Naja Von mir aus Ich bin's ja nicht Ach So Muss ich hier lang Lang mit K hinten übrigens Neue Rechtschreibreform Haben wir ja nicht genug So Okay Was ist da hinten passiert Was ist da passiert So hier waren wir ja gerade Hier sollte ja eigentlich keiner sein Ne Ne Okay Was war denn das Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ah doch Jetzt weiß ich wo es herkommt Äh Hinter das Auto Otto Otto Mensch Hier Oh kacke Keine Munition mehr Ich mach noch ein bisschen mit So Oh Okay Was das Passt auf die Deckung an den Seiten auf Verschwindet von da Ja Mensch Brück dich Ach quatsch hier doch nicht Ach quatsch hier doch nicht Ah fuck Na So Noch wer Da hinten glaube ich Ne Jo Wann mal Kollege Du machst weiter Und ich hole mir das hier kurz Ich hab kein Ziel Die hat ja super getroffen So Kann ich weiter So Was ist denn hier Irgendwas grünes Aber wir haben ja noch Zeit Wir haben ja noch Zeit Okay Achso Das ist ein Blatt Was da Hä Was ist denn Achso Wie ja so eine Figur Okay Immer gut zu wissen So Geh ich mal lieber schnell weiter Ah fuck Scheiße So Wer ist denn Achso Allet Da wird der neue Running Gag Allet Mit T hinten Interessantes Objekt Entdeckt Wo Hier Einsammeln Gut Okay Ähm Hä Ach ich muss da rein Gut zu wissen Och Das sah mit Sicherheit auch mal richtig schön aus Hier Safe house Freischalten Das ist der einzige Ort hier in der Gegend Den die Hyenas nicht angerührt haben Gut für uns Ich hab hier interessante Aufklärungsdaten Ach Ausgang Nein Ja die Türen lassen wir mal auf Warum auch nicht ne Achso das ist ein echter Spieler War wirklich so Da haben sie alle Hände voll zu tun Viel Glück So Einmal kurz ins Kurz ins Menü Warte Ähm Ich wollte mal ganz kurz hier zur Sicherheit was nachgucken Wenn sie ja Wenn sie ja Wird die Deaktivierung Öffentliche IP Wann er Schwierig verborgen Hm Ja warum nicht ne Ist einfacher Stumm schalten Wenn der Fokus wechselt Achso Nein Nein Okay Gut Oh Äh Alter Das ist so fucking detailliert wieder ne Das liebe ich ja in Spielen eigentlich Aber Teilweise wird es echt zu viel Alter Viel Hm Warte mal Die habe ich glaube ich gerade ne Hm Äh Äh Ähm So Irgendwie verstehe ich das hier gerade nicht Äh Äh Pfff Erstmal auf die Karte Kontrollpunkt Ähm Hier müssen wir hin ne So 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 weiter geht's Östlicher Ausgang Gang mit K wieder So Ah Okay 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 Weiter geht's Ciao Wohl warte Komm wenn ich warte Dann ich gewinne Komm wenn ich warte dann ich gewinne Scheiße Oh Gut Scheiße Äh Äh Scheiße Ähm Schnell 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 Kann ich denn Natürlich läuft das Spiel direkt weiter Ähm Äh Hallo Nervig Scheiße Gut dann kann ich jetzt ja vielleicht mal kurz nachgucken Ähm Hier Ähm Ähm